Hi, ich bin der Stefan und ich finde es einfach eine Frechheit, dass sich der Landtag zum zweiten Mal in drei Jahren eine Lohnerhöhung von über 10% genehmigt. Das sind 800 Euro im Monat und für Feuerwehrzulage und 5% Lohnerhöhung für die Beamten der Feuerwehr gibt es kein Geld. Und das ist einfach eine Frechheit. Und deshalb...